Die Bahnstrecke Wall am Rhein-Lörrach, auch als Gartenbahn bezeichnet, ist eine 4.836 Kilometer lange elektrifizierte und durchgehend eingleisige Hauptbahn in Baden-Württemberg im Dreiländereck bei Basel. Sie führt von Wall am Rhein an der Rheintalbahn durch den Tüllinger Berg nach Lörrachstetten an der Wiesentalbahn. Die Fortsetzung der Umgehungsbahn bildete die inzwischen stillgelegte Werratalbahn. Die bei Schopheim von der Wiesentalbahn abzweigend nach Bad Säckingen an der Hochrheinbahn führte Geschichte. Die Bahnstrecke Wall am Rhein-Lörrach wurde am 20. Mai 1890 von der Badischen Staatsbahn als strategische Bahn zur Umgehung der Schweiz eröffnet. Bereits am 11. Februar 1878 ging eine Bahnlinie zwischen Wall und Sengt Ludwig in Betrieb, womit das im Deutsch-Französischen Krieg eroberte Elsass auch ganz im Süden verkehrsmäßig mit dem Reich verbunden wurde. Die Verbindung querte den Rhein über die bis 1937 von der Bahn genutzte Palmeinbrücke. Dieser Bahnabschnitt wurde 1890 mit der durch Süddeutschland gebauten Kette strategischer Bahnlinien verbunden. Der erste Schritt zum Ausbau für den S-Bahn-Verkehr wurde 1999 mit Eröffnung der Haltepunkte Wall am Rhein-Gartenstadt und Wall am Rhein-Pfetli-Straße gemacht. Seit dem 15. Juni 2003 ist die SBB GmbH, die deutsche Personenverkehrstochter der Schweizerischen Bundesbahnen, zuständiges Eisenbahnverkehrsunternehmen. Der Schienenpersonennahverkehr auf der Gartenbahn ist seither als S5 ins Netz der Regio S-Bahn-Basel eingebunden. Verantwortliches Eisenbahninfrastrukturunternehmen ist weiterhin die DB Netz AG. Mit dem Fahrplanwechsel vom 12. Dezember 2004 wurde die S5 über Lörrach Hauptbahnhof hinaus bis nach Steinen verlängert. Am 12. Juni 2005 wurde der neue Haltepunkt Lörrach-Darmstraße in Betrieb genommen. Auf der Strecke werden seit Herbst 2005 Triebzüge des Typs Stadler Flirt eingesetzt, welche die als Übergangslösung für den Einsatz in Deutschland modifizierten NPZ-Garnituren RBDE 561 im März 2006 endgültig ablösten. Punkt.